Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Ja, ich habe meinen... Was wünscht ihr? Dort entlang. Ich habe meinen Timer. Die Stadt wird angegriffen. Hallo. Erwarte euer Kommando. Uaaiaiaiai. Der fügt über mich. Habe verstanden. Zu Diensten. Schon auf dem Weg. Bereit für den Klaue. Vorsicht! Sie sind hier! Wo ist der andere? Verfügt über mich. An die Arbeit. Wo ist der andere? Bist du da? Erwarte euer Kommando. Marschbefehl. Einsatz bereit. Gebiet sichern. Jawohl. So. Ja, jetzt müsste ich... Genau. Jetzt muss ich das wieder erhöhen. So. Und nochmal Scharfschützen. Hier bin ich. Du baust mir hier ein Aria-Schrein. Ist zwar nicht viel da, aber... Stufe 2. Dornenschild Stufe 5. Ring der Diebe. Amnethist. Silberbogen. Okay. Den kann ich nicht benutzen. Wie doof ist das denn? Naja. Wie gesagt, kann ich nicht benutzen, aber... ...tue ich trotzdem einsetzen. Oh, fuck. Nein. Wird sofort ausgeführt. Wir stehen unter Beschuss. Dort entlang. Ja. Bin unterwegs. So. Bereit. Folgt mir. STRG und 1. Halt. Auf mein Zeichen. Nein. Zu euren Diensten. Auf mein Zeichen. Wird schön hier. Einfache Obsidian-Maske der Magie. Was wünschst du dir? Nee, die brauch ich eigentlich nicht. Gebt das Zeichen. Gut. Scharfschütze. Wo ist das mittlere? Da. 1000 Nahrung. Da hab ich ja noch Zeit. Halt erst mal. Das ist ein Hinterhalt. Mann, dass ich schon wieder gestorben bin, ey. So oft bin ich, glaube ich, na doch. Ich bin öfters in diesem Spiel gestorben, aber... Hallo? Ja. Auf meinen Befehl. Warum muss das... Was wünscht die Rune? Warum muss das mir in meinem Let's Play passieren? Mann. Ich will auch doch zeigen, wie gut ich in diesem Spiel bin und jetzt versage ich total. Ich bin zwar nicht perfekt in diesem Spiel, aber... Na ja. Na ja. Sticht der gerade die Kühe ab? Mit seiner Hacke? Oh man, was ist denn jetzt schon wieder? Oh man. Millis Armbrust. Auch nicht schlecht. Gut. Ihr baut mir jetzt ein Turm. Brav. Was ist da? Ja, 40! Juhu! Ich nehme noch 5 Scharfschützen und dann nehme ich noch 5 Kleriker. Ich nehme keine Mentalisten und keine Hypnotisten, weil... Naja... Wie gesagt, ich mag Mentalmagie eigentlich nicht so. Wenn ich dann meine Armee aufgestellt habe, werde ich noch etwas an meiner Siedlung, an meiner Verteidigung verbessern. Und... Und... Ja. Dann werde ich... Also wahrscheinlich werde ich das ganze nächste Video dafür verbrochen... Oh, hier ist noch ein Aria. Ähm... Meine Siedlung aufzubauen. Also die... Zu Diensten. Verteidigung. Gehen wir es an! Und... Und... Ah gut, hier wird schon Aria geschöpft. Und dann... Äh... Werde ich, wenn ich meine Verteidigung aufgebaut habe, und meine Armee stark genug ist, werde ich nochmal mit Sargent Ina reden. Damit der mir folgt, weil seine Männer... Naja, sie sind eigentlich nicht im Kampf nützlich, aber... Ich brauche Sargent Ina noch. Sag ich jetzt schon mal. Also ich nehme ihn eigentlich immer mit. Auch wenn er eigentlich manchmal ganz schön nervig ist. Wer bist du nochmal? Wo ist hier... Da. Huch! Gebäude wurde errichtet. Gut. Und wenn ich hier... Genau, dann kann ich hier noch Aria... Was wünscht ihr? Wird sofort erledigt. Tschüssi! Die gehen was ich nur strax auf mein Avatar zu. Auf mein Kommando. Was wünscht die Rune? Halten. Hier. Gut. Wie viel kostet 50? 1500. Na ja. Oh je, jetzt kommen wieder Banditen und Orcs. Bleh. I hate Orcs. So much. Gebäude wurde errichtet. Gibt das Zeichen. Hier. Die Rune ruft. Auf meinen Befehl. Gruppe 1. Zu euren Diensten. Gruppe 3. Auf meinen Befehl. Gruppe 1. Halten. Stehe bereit. Gruppe 3. Halten. Verfügt über mich. Arbeiter. Bauen. Chuck. Hier sind die Speer. Quacksalber. Was ist ein Quacksalber? Na ja. Werde ich nur noch, glaube ich, früh genug erfahren. Nein. Das. So, fertig. Meine 40 Garmäe ist aufgebaut. Ich glaube, die müsste erst mal reichen. Äh, hoffe ich doch. Auf mein Zeichen. Hier. Holding. Die Rune ruft. Alles klar. Gebäude wurde errichtet. Zu Befehl. Zu euren Diensten. Und Holding. Zu Diensten. So, dann würde ich sagen, ich beende das Video. Und beim nächsten Mal werde ich weiter mit der Verteidigung meiner Siedlung arbeiten. Also, bis dann.